Hi! Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Oh Scheiße. Leider im Webcam zu lo... Servus Leute, was geht ab? Ihr Sama-Man aka Naturi Generation. Willkommen zu einem neuen Wehrtalk Video von mir. Denn heute gibt es eine... Ja, das kann ich ja auch sagen. Leute, ich kenne mich noch als 12-jähriger Junge. Also bin ich... Also als ich... Als ich ja hier... Sprachfehler... Ja, Scheiß auf Sprachfehler, aber ich wollte es ja egal sein. Ja, ihr kennt mich noch als 12-jähriger Junge. Könnt ihr mal da Aufklärung schauen. Ich hab nur meinen eigenen Kanal für mein Bruder. Kann ich ja mal... Ja. Ich zeig euch einfach die Ausmitte. Ja. 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 Es ist einfach... Ja. Ja. spannend wie dieses video aber dafür das ist die box geben als ich das kein box geht einfach nur so ja ich sage ich selbst heute ich kann mal die nächste aufstand schauen ist auch ganz alt video ich kenne das mal das intro nicht dies diese alte video könnt ihr machen das guck mich mal auf dem ausschnitt an und ja so soll mein intro aus da steht horny gönnero das meinte ich aber dafür dass es ein schlechteste intro alle zeigen könnte es mal anschauen dann kommt das noch mal anschauen ok die intro ist schlechter geworden und dafür dafür dass ich hier nicht angucken kann weil ich hab leider kein intro auf meinem video aber dafür ist die intro die ich ja mal so mit dem youtube habe jetzt mache ich ja mal mit meinem maker und meine sony legers haben muss ich noch runterladen weil ich natürlich keine sony legers habe und deswegen ja das muss ich auch noch sagen so das war es für heute mit dem video wenn es so viel schon wieder schmura fährt möchte es dir gefallen hat dann gib mir einfach einen daumen um dann schreibt es einfach in die kommentare wenn ihr mehr davon erzählen wollt dann lassen kann ein like da und ihr könnt mich abonnieren für den nicht mehr verpasst und hier nach links da seht ihr meine letzten videos nach rechts könnt ihr mich abonnieren und dann würde ich mal sagen wir sehen uns beim nächsten mal wieder dann geht's euch auf der Nau-Toi-Li-Nau-Toi-Li-Geration dann geht's euch auf der Nau-Toi-Li-Geration